Das kommt in meinen Vorrat. Offenbar braucht man für die Tür eine Art Schlüsselmodul. Vielleicht ist eins in der Ruine. Hier sind ein paar Daten. In den Daten ist ein Code für die verschlossene Tür. Aber ich brauch noch ein Schlüsselmodul. Das ist ein Schlüsselmodul. Das ist ein Schlüsselmodul. Okay, ich muss einen Schlüssel für die Tür finden. Hier unten geht die Ruine weiter. Wohin jetzt? So, etwas mehr Licht hier unten. Hier unten geht's. 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 Hier unten geht's weiter weg. Runter damit. Okay. Wo geht's hier wohl hin? Ich hab' keinen Platz. Was? Was kommt in meinen Vorrat? Hier unten geht's. Hier unten geht's. Hier unten geht's. Hier unten geht's. So. Man braucht wohl auch einen Code. Vielleicht helfen mir die Daten, die ich gesammelt hab'. Hier unten geht's. 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 Was ist dieses Ding?